Ihr Problem ist, dass Sie Ihr ganzes Leben lang dachten, es gäbe Regeln. Es gibt keine. Früher waren wir Gorillas. Wir hatten nur das, was wir verteidigten oder uns nahmen. In Wahrheit sind Sie heute mehr ein Mann, als Sie es gestern gewesen sind. Wie kommen Sie darauf? Es ist ein giftiger Flussläster, das Leben, das wir führen. Es ist ein giftiger Flussläster.